Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, dass das alles so künftig klappt. Sie befinden sich hier im historischen Gebäude, das ist das ehemalige Ritterhut-Großbürschen. Das Ritterhut, das wissen Sie, ist 1945 oder danach freundlich in den Gemeinden zugefallen, mit allen Problemen, die es da mit gab, zu dem Gebäude. Die kommunale Infrastruktur ist, Straßenwege, Plätze, die ganzen Straßenbeleuchtungen sind in allen Ortsteilen abgeschlossen, mit Dorferneuerungsmitteln hergerichtet und ein Stück Geld für innen drin hatte die Gemeinde übrig. Dann haben wir in Kaya das historische Maschine heißt, dass wir auch ihre Fördermittel arrangiert haben. Prima, in dem Sinne, nochmal großen Applaus. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.